Servus Leute, willkommen zurück zu Megaman X6. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt weiter. Das Schöne ist, ich sage immer nur kleine Pause, aber diese kleine Pause kann von, sagen wir mal, 15 Minuten bis hin zu einer Woche oder so gehen. Aber gut. Was fehlt? Ein Subtank. Ich glaube, ich war schon in jeder Stage, also würde ich jetzt einfach sämtliche Stages durchgehen. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Hyperdash und den Highjump oder wie das jetzt heißt, Jumper, ob ich die jetzt ausgerüstet habe, aber sie sollten ausgerüstet sein. Nur für den Fall, dass ich irgendwo hinspringen muss. Gut. Vom gucken wir uns mal rein. Ich schau wieder. So, du bist nicht tot. Okay, hier oben ist nichts. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da rechts ist die Kapsel. Ach. Warum sehe ich jetzt hier nicht mehr so viel? Dass ich das erste Mal in dieser Stage war, habe ich mehr gesehen. Das Vieh erfolgt auf mich zu. Ich mag die Musik. Da oben. Ich habe es gesehen. Stimmt ja. Ah. Für nichts. Da hinten ist bestimmt irgendwas. Ähm, wo ist mein Eisblock? Da. Oje. Ja. Achso, hier war ein Typ auch noch. Wo bin ich denn jetzt? Da. Sobald ich wieder oben bin, ist hier ja dunkel. Vielleicht ist hier noch immer was. Ja, da. Gut, dass ich nicht nahenlos abgehauen bin. Meine Musik ist so friedlich, so schön. Nein. Ah, Mantis Killer. Mantis Killer? Ne, irgendwie dachte ich jetzt gerade an diesen Cold Killer. Cold Killers. Diese Mantis Schrecker aus Bomberman 64. Ist hier noch irgendwo was? Komm schon, hier muss doch noch was sein. Ah, diese Aale. Ah, jetzt hast du eine blöde Position, du Aal. Oh, Mantis Man. Mantis Man. Klingt auch irgendwie gut. Ey, das ist nicht witzig. Verzieht euch. Ja, der Mantis ist wieder da. Ah, noch einer. Ah, da oben. Nein. Das wagst du nicht. Typ. Du merkst. Er ist hier. Nein, 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 nein. Und ich komm da nicht mehr hoch. Moment. Verdammt. Ich muss wieder raus aus der Stage. Full Heel. Full Heel. Ne, Live Recover. Nicht Full Heel. Nochmal rein. Aber es macht nichts. Das war Falkenrüstung. Weil die andere Rüstung bringt mir leider. Also die Blade-Rüstung sowieso nicht, aber die, ähm, auf diese Shadow, genau. Die Shadow-Rüstung bringt mir wahrscheinlich noch weniger. Das Blöde ist hier, hier ist überall dunkel. Boah, Mantis, man. Einfach flüchten. Ja, ja, ich weiß, es ist dunkel. So. Haut ab! Ist das Ding nicht so weit verfolgt? Das ist schon irgendwie widerwärtig. So. Wow. Das war beides mal Glück. Problem ist, jetzt gleich muss ich diesen Typen vernichten. Nein. Den da oben. Hau ab! So. Jetzt schön langsam. Ah, gut. Moment mal. Diese blauen Dinger sind immer für, ähm, hier, mein Freund Dynamo. So heißt er. Ja, was sagst du nun? Was ist das? Oh, das ist das Amazonas-Gebiet. Irgendetwas ist anders. Was passiert? Äh. Ich sehe nicht so viel. Das passiert. Das heißt, ich sehe nicht so viel. Ich sehe fast gar nichts. Wieso kann ich den Mantis-Man nicht treffen? Oh, Mantis-Mans. Mans. Das war Glück. Ah. Ja, das ist widerlich, glaube ich. Ja. Kann ich nicht irgendwie Licht machen? Feuer. Ähm. Magma-Blade. Nein. Ach, der legt noch. Nein. Ach. Das war doof. Ja, ja. Ja, ja. Die ist letztendlich drauf. Was soll er jetzt sagen? Nein, er lebt noch. Kann ich ihn einfrieren? Eis. Toll, jetzt liegt der Klumpen da. Nee, ich kann ihn nicht einfrieren. Ja, mit meinem Dash kann ich euch zwar schaden, aber es bringt mir persönlich nicht so viel. Nein! Oh. Wann dash ich überhaupt in der Luft, wenn mein Jump hier viel besser ist? Naja. Nein! Ich habe es gesehen und habe aber schon reagiert, noch bevor ich wirklich umschalten konnte im Hirn. So, jetzt hat mir Klinge geflogen. Ja, mehr raus, oder? Ach, jetzt ging es irgendwie nicht, weil ich erst von der Wand weggedrückt hatte und dann Sprung. So funktioniert der Sprung aber nicht. Auf. Ihr Widerlichen. Ich hasse euch, Mantis-Männer. Ja, ja, hau ab. Ja, seht ihr, so ist der Sprung viel besser. Du darfst nur nicht deinen Kling-Schwung machen. So, jetzt. Jetzt! Nein, 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 nein! Oh, ich habe nicht losgelassen. Zweimal sogar. Zweimal habe ich den Fehler gemacht. Boom von mir. Wow, das wäre fast noch viel blöder gewesen. Oh, Klinge-Mann. Äh, Mantis-Mann meine ich. So. Was jetzt? Rechts unten. Das geht sich doch nie aus. Wie kann ich da hin? Vielleicht brauche ich eine andere Rüstung hierfür. Ist ja aber doof. Ne, mit der geht's gar nicht. So, ich komme hier nicht raus. Ist schlecht. So geht das. Nein! Oh, ich garantiere es nicht. Das Problem ist, ich mache in der Luft nur so einen kleinen Dash. Ja, nur so einen. Ich bräuchte aber einen stärkeren Dash. Wenn ich dich wenigstens einfüllen könnte. Ja. Ich muss eine andere Rüstung nehmen. Mit der geht's, glaube ich, gar nicht. Was habe ich denn noch? Ich habe die Blade-Rüstung und meine schwarze Rüstung. Und mit der schwarze Rüstung kann ich in der Luft nicht dashen. Moment. Was gibt's da? Ich habe aber den Hyper-Dash. Falken-Rüstung. Ich kann es mit Zero versuchen. Eigentlich will ich einen extra Zero-Run machen. Shadow Blade. Ich versuche es mal mit der Schattenrüstung. Kann ich zwar in der Luft nicht dashen, aber vielleicht... ...kriege ich das anders hin. Ja, ich kann ihn nicht... Wow, ich springe so weit. Was? Boah. Ist mir gerade alles egal. Ich will einfach nur durch und gucken, ob das... ...möglich ist. Ich mache nur so einen Mini-Dash. Auf, Mantis-Man. Ich hasse dich. Moment, ich kann... ...wenn ich von der Decke hänge, kann ich dashen. Das Problem ist... ...ich komme da unterhalb an die Decke nicht ran. Ah ja. Nein, das Vieh. Ich sehe dich nicht. Das ist ein Nervenbolzen. Zero und Doppelsprung? Ich glaube schon. Mit dem wäre es möglich. Wow. Mantis-Man ist direkt vor mir. Das ist... ...das ist jetzt natürlich blöd. Nein! Oh! Ich habe falsch gedrückt. Aber Mantis-Männer, ihr... ...geht mir auf die... ...nuss. Ach! Boah! Aber eigentlich... ... ... Da rechts unten, aber... Oh, ist das schwer. Moment mal. Okay, das geht nur um mich herum. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Position. Wenn meine ganze Sache ist, ich kann nicht dashen. Vielleicht wenn ich ganz eng... Ich muss ihn treffen, gut. Nein! Ne, damit klappt es auch nicht. Use weapons for free. Ach so! Na gut, das brauche ich nicht. Dann werde ich jetzt ein paar Mal sterben und ich glaube, hierfür brauche ich wirklich Zero. Ausgesetzt Zero hat wirklich einen Doppelsprung. Denn wenn nicht, dann schaffe ich es auch mit Zero nicht. Und hier, use weapons for free. Das brauche ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich glaube, das ist irgendwas anderes Gutes. So, ähm... Open Drive. Live Recover. Overdrive. Es ist ein Hyperdrive. Hier steht nämlich nicht, was es macht. Na gut. Zero, dein Auftritt. Ach ne, Moment! Zero hat ja keine Ausrüstungs... Dinger. So. MP3 Player ist jetzt auch geladen. Ja, ich nutze noch einen MP3 Player. Ich nutze ihn jeden Tag. Ich höre jeden Tag Musik. So. Oh je, du bist langsam. Aber du hast einen Doppelsprung. Und kannst ihn nicht während dem Dash. Das ist... Das ist... Das ist nicht geplant. Ähm... Boah, bist du langsam. Okay, ich versuche mal's. Ah ja. Haut ab! Wie viel Schaden nimmst du? Ah! So, du hast ja... Äh... Keine... Du hast ja keine... zusätzlichen... Ausrüstungen. Das ist scheiße. Ah, du hast deine ganzen... Moment mal. Boah! So, ne, das war das dann. Dragonflies. Stick to the Selling. Oh! Du kannst das auch. Ja, war klar. Boah, jetzt muss ich da durchkommen erst mal. Ich meine, ja, das ist ein Doppelsprung und so, oder? Zur Not muss ich den... Subtank nutzen. Nein! Oder die Subtanks. Ich glaube, die werde ich gleich nutzen müssen, weil diese Viecher immer auf die Lust gehen. Nein! Ah, ich dachte, nein, hält dich noch aus. So, das ist weg. Was? Ah! Ach, seid ihr nervig. Das gibt's doch nicht. Ne, jetzt reicht's. So, ich hoffe, es reicht's. Nein! Ne, egal. Hauptsache, ich bin hier drin. So. Oh nein, hier kommen ja... Das lebt noch! Oh toll, jetzt muss ich da... Drei Schläge und ich bin tot. Oder vier. Was haben wir denn sonst noch für Moves? Das ist verbraucht. Gut, die beiden sind verbraucht. Performe. Was war das? Nach oben drücken und angreifen. Okay. Spin fast und jetzt auch enemies. Ja, aber wie setzt man die ein? Ich kann's ausrüsten, aber... Bist du tot? Ja. Nee, bist du nicht. Ah, gut, so kann ich. Nein! Oh, seid ihr ätzend! Ich will nur gucken, ob ich da hinten hinkomme. Toll, der kommt gar nicht erst so weit. Mit Zero ist es noch schlechter als für die X. Es muss doch irgendwie möglich sein, da hinzukommen. Was gibt's noch? Hyperdrive. Overdrive. Moment. Echt damit. Da bringt mir das mehr. So, fight with the stone. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube, einmal versuche ich es jetzt noch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann... Lass ich es erst mal bleiben. Overdrive. Moment. Was machst du? Ultimate Attacks Freely. Oh, okay. So, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Alter, jetzt kann ich das hier gratis einsetzen. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Aber bedenkt, wie die Viecher mich hier nerven. Naja. Naja. Rüber. 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 Achso, ich kann es jetzt nicht mehr einsetzen. Stimmt, ich kann es nur einmal einsetzen. Denkt mir das auch nichts, wenn es gratis ist. Ich muss sagen, das hier ist das zweitbeste Lieblingsspiel. Ich kann es wahrscheinlich pro... Super. Pro Screen nur einmal einsetzen. Was? Zu viele Klingeln. Nein! Oh, die habe ich nicht gesehen, weil es dunkel war. Oh, gut. Wenn ich dadurch meine krassen Attacken kostenlos einsetzen kann, bringt mir das leider auch nicht ganz so viel. Ach. Nein! Oh, genau jetzt! Oder ich habe ihn gar nicht gekillt, sondern in dieser kleinen Dinger. Schnell, bevor die Klingeln kommen! Oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Nein! Ich hatte ihn zerstört, aber... Jetzt! Ach, ich komme nur hier hoch! Wie zum Kuckuck komme ich da rechts hin? Okay. Hm. Ja, natürlich. Ich bräuchte etwas, das den Luftdash verstärkt. Boah, ist das ein widerliches Secret. Ja, 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 ja! Aber ich glaube, ich weiß schon nicht, wie ich das anpacken will. Vielleicht man muss in die Treffung lassen, ja. Vielleicht ganz knapp. Ah! Das ist ja eine schlimmere Millimeterarbeit als hier in der Presse-Stage. Ja, trifft mich. Nein! Oh, genau in der Luft dann! Verdammt! Ne, ich glaube, das packe ich so nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt keine Lust, das noch länger zu probieren. Wahrscheinlich ist eh nur ein Herzthalose da drüben. Und gut, dann, ähm, ich überlege es mir, vielleicht versuche ich es im nächsten Tag nochmal. Und falls nicht, dann spielen wir einfach ganz normal weiter. Es ist eben kein 100%-Genre, aber es macht ja auch nichts. Das war Megaman X6. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.